Musik Hallo, herzlich willkommen bei Lidl. Heute gibt es ein herzhaftes Rezept. Es ist gerade griechische Woche bei Lidl. Und ich habe mich davon inspirieren lassen und verwende die Kritaraki-Nudeln. Ich muss immer überlegen, ob ich sie richtig ausspreche. Und mache daraus ein One-Pot-Gericht. Und dieses One-Pot-Gericht ist so ein bisschen aber auch inspiriert von unseren Lieblingsgerichten. Morat liebt nämlich One-Pot-Nudel-Eintöpfe mit Hackfleisch und einer Joghurtsoße. Und das wandle ich jetzt heute ein bisschen ab und mache daraus ein griechisches Rezept. Oder ein griechisch angehauchtes Rezept. Und vor allem ist es super, weil dieses Rezept innerhalb von 20 Minuten fix und fertig einfach am Tisch steht. Ich zeige euch mal die Zutaten. Ich verwende dafür 500 Gramm Hackfleisch vom Rind, eine rote Zwiebel, eine Knoblauchzehe, etwas Olivenöl, 500 Gramm Kritaraki-Nudeln, 750 Milliliter Wasser, Salz, Pfeffer und etwas Rosmarin. Und zum Anrichten nehme ich dann noch einen Joghurt. Hier könnt ihr jetzt einen griechischen Joghurt oder auch einen dreieinhalbprozentigen nehmen. Cocktailtomaten, Feta-Käse, der ist jetzt hier im Holzfass gereift, Knoblauch, Salz, Pfeffer und ein bisschen Thymian. Ich bereite es jetzt hier in einer Gusseisenpfanne zu. Ihr könnt aber auch eine beschichtete Pfanne zum Beispiel nehmen. Gusseisen ist nur immer ganz gut, weil man es hoch erhitzen kann und sich da eben ganz toll diese Röstaromen entwickeln. Da werde ich jetzt das Olivenöl drin erhitzen. Und dann das Hackfleisch anbraten. Und hier jetzt einfach schön krümelig anbraten. Und in der Zwischenzeit kann ich die Zwiebel- und Knoblauchzehe schälen und fein hacken. Untertitelung des Zwiebeln Wenn das Fleisch dann krümelig angebraten ist, gerne die Zwiebel- und Knoblauchwürfel dazugeben. Und schön mit anbraten. Und das ist so ein Gericht, das lieben meine Kinder. Weil einfach Hackfleisch mit Nudeln zusammen schon lecker ist. Aber dann noch in Verbindung mit Joghurt ist schon sehr, sehr gut. Und es geht halt auch super schnell. Also das kann man einfach immer mal schnell am Nachmittag oder am Abend kochen. Und hat schnell was Leckeres, Fettigendes, was allen schmeckt. Das brate ich hier jetzt einfach so drei Minuten mit. Bis die Zwiebeln leicht glasig sind. Dann kann ich es jetzt hier mit dem Wasser ablöschen und die Nudeln dazugeben. Dann kommt der Rosmarin dazu, Salz und Pfeffer. Das Ganze kocht ja jetzt schon richtig schön. Ich stelle den Herd jetzt aber ein bisschen runter und werde den Deckel verschließen und das Ganze einfach gar ziehen lassen. Und in der Zeit kann ich schon mal die Joghurtsoße zubereiten. Also hier habe ich jetzt den Joghurt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch wirklich gerne griechischen Joghurt nehmen. Und der ist nochmal viel, viel cremiger. Da kommt jetzt der Knoblauch dazu. Dann Salz und Pfeffer. Und Pfeffer immer schön frisch gemahlen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr da noch Thymian dazugeben. Gerne frisch oder getrocknet. Das passt nämlich auch sehr gut dazu. Minze passt auch super dazu. Das ist auch ein tolles Gewürz. Dann einfach kurz verrühren. Und dann werde ich die Tomaten hier noch vierteln. Und im Prinzip ist das Essen jetzt auch gleich fertig. Ich habe den Herd jetzt auch schon ausgemacht. Denn das muss wirklich nur kurz aufkochen. Im Gusseisentopf kannst du dann wirklich bei ausgeschaltetem Herd einfach kurz weiterziehen. Und dann sind die Nudeln schon gar. Falls ihr keinen Gusseisentopf habt, sondern eine normale Pfanne. Einfach so ein paar Minuten köcheln lassen. Dann den Herd ausschalten. Und dann ziehen die Nudeln auch schön durch und verkochen euch dann auch nicht. Und dann hole ich mir jetzt gleich schon mal zwei Platten und kann das Essen anrichten. Zum Anrichten gebe ich jetzt erst ein bisschen Joghurt auf einen Teller. Dann die Nudeln drauf. Und jetzt noch Käse, Tomaten und ein bisschen Paprikapulver drüber. Und ich würde sagen, das darf heute der Tolga probieren. Hi Tolga. Hallo. Griechische Woche. Und deswegen haben wir gedacht. Sieht lecker aus. Mache ich aus diesen Nudeln ein leckeres Nudelgericht. Sieht lecker aus. Und man kann es warm und kalt essen. Also ich finde, so im Sommer esse ich es auch gerne mal kalt. Darf auch gerne über Nacht im Kühlschrank ziehen. Und ansonsten esse ich es auch gerne warm. Und im Winter würze ich sowas dann noch gerne mit Kreuzkümmel. Dann hat es so ein warmes Gewürz. Also. I will try. Alles auf einen Löffel, oder? Ja. Nicht den ganzen Teller, aber schon so von allem was. Ich habe es gerade schon abgeschmeckt. Mh. Und? Ich glaube, manchmal mag ich dreieinhalbprozentigen Joghurt, manchmal aber auch den zehnprozentigen. Und bei dem Gericht, ich finde, wenn man zehnprozentig macht, dann ist es cremig und lecker. Wenn man es ein bisschen leichter will, kann man echt den dreieinhalbprozentigen aber auch ganz gut nehmen, finde ich. Zehnprozentig wäre auch super. Zehnprozentig ist auch schon immer gut, ja. Also, das war's für heute. Falls ihr das Gericht ausprobieren wollt, dann findet ihr das Rezept auf Lidlkochen.de. Schreibt mir gerne mal euer Feedback dazu. Und dann sehen wir uns wieder nächste Woche mit einem neuen Rezept. Ich glaube, du kannst dir auch mal ein Rezept wünschen. Oh, ja. Mach ich. Ja, schreib's einfach in die Kommentare. Okay. Tschüss. Und ihr dürft den Kanal übrigens gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr auch keins der Lidl-Rezepte mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.